Hey, mein Name ist Julia, ich bin für das Thermomanagement der Elektrifizierung zuständig. Schön, dass du uns gefunden hast. Wir wollen uns in den nächsten drei Sequenzen einfach mal bei dir vorstellen. Hi, ich bin der Sebastian, Entwickler für die System- und IoT-Architektur im Bereich Energy Management. In Elektrifizierung zu arbeiten ist immer spannend. Wir gestalten eine neue Ära, in der Fahrzeuge elektrisch fahren. Das erfordert stets Innovationsgeist von uns und sehr viel Flexibilität. Genauso flexibel sind auch unsere Arbeitsbedingungen. Deshalb gehört Homeoffice mittlerweile für uns zum Alltag. Mein Name ist Christopher Boven, ich bin Hardware-Entwickler für Leistungselektronik im Rahmen der Elektrifizierung. Wir entwickeln Gleichspannungswandler für den Energietransfer zwischen Hochvoltbatterie- und Niedervoltbordnetz, sowie Ladegeräte für zukünftige Elektrofahrzeuge. Das Schaltungskonzept stellt dabei die Basis unserer Produkte dar. Mich begeistert an der Hardware-Entwicklung das interdisziplinäre Arbeiten über Domänen hinweg, stets mit dem Ziel, das beste Produkt für unsere Kunden zu entwickeln. Was mich an meinem Team begeistert, ist die extreme Offenheit, Begeisterung für Technik, Techniktiefe, Humor und natürlich die Hilfsbereitschaft. Bewerbt euch! BewerblichPad